Mein Name ist Tom Beck, ich bin Magier von Beruf und wir haben uns heute hier im Auditom eingefunden, Niat und ich, um ein kleines Experiment zu wagen und wollen wir mal sehen, ob es klappt. Und jetzt kommt der spannende Teil und der spannende Teil, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, alles andere mache ich. Richtig festhalten. Oh, das geht gut. Wunderbar, die Kennzeichnung ist noch drauf. Dann darf ich den Nagel nochmals desinfizieren und darf ihn der mutigsten Person hier im Raum überreichen. Und das ist natürlich Niat. Bitteschön. Super. Ich darf dich jetzt mal bitten, dass du eine dieser Karten auswählst, indem ich hier durchrausche und du irgendwo Stopp sagst. Okay, cool. Wir machen es nochmal. Stopp. Hier, an der Stelle. Okay, jetzt schaust du dir die Karte an. Und was wir jetzt machen, um die Kreuz-Dreihe zu kennzeichnen, ich reiße mal hier das Eck ab. Dann haben wir so eine Art Quittung. Und du reißt bitte den Rest ab. Das hängt wirklich dran. Perfekt. Ich darf dich jetzt bitten, dass du an irgendeinen Block, an irgendeinen Sitzplatz hier in der Halle denkst. 7.000 Leute, 7.000 Plätze. Irgendeinen Platz, der dir in den Sinn kommt. Geh einfach drauf zu. Ich möchte dich gar nicht beeinflussen. Wohin du möchtest. Geh mal runter. Da ist ein Umschlag. Für nie hart. In die Kamera. Da ist eine Karte drin. Eine Spielkarte. Du siehst da, da ist was abgerissen an der Spielkarte. Du hast vorher die Kreuz-Drei gewählt. Was ist das denn für eine Karte? Das ist die Kreuz-Drei. Du hast auch noch die Quittung bei dir, oder? Darf ich dich mal bitten, dass du in die Tasche greifst, die Quittung rausholst, also dieses Stückchen rausholst. Und kontrollier mal von der Vorderseite, von der Rückseite. Und das tatsächlich passt. Dreh mal um, aber von der Rückseite sehen wir es noch ein bisschen besser. Passt. Passt. Musik